Ich habe mich verfahren. Verfahren hat sich der Charlie und es regnet wie in Strömen. Und ich brauche unbedingt ein Kopf über dem Dach. Oder ein Dach über dem Kopf, weil wir rüben auch immer. Vermutlich eher das Dach über dem Kopf. Ich glaube, das wäre gesünder. Und hallo und herzlich willkommen zu GTA Online. Ich gehe mal den Charlie abholen, denn er hat sich verfahren. Hallöchen Freunde, willkommen zurück hier bei GTA Online. Bei GTA und Partleider. Nein, diesmal keine Paten. Nein, diesmal ohne unsere Patenfreunde, ohne unsere Patenonkel. Die haben wir heute mal zu Hause gelassen. Das war ganz auf uns alleine gestellt. Genau, das ging auch ein bisschen auf die Stimme. Minimal, minimal. Wir waren danach für den restlichen Tag an dem wir aufgenommen haben heiser. Das macht ja nichts, weil es war ja nachts und du konntest nach Dirk ins Bett gehen. Das stimmt. Ach, ich fahr an dir vorbei. Warum fahr ich an dir vorbei? Sag mal. Hallo? Ach, da kommt der. Sag, er hat wiedergefunden. Ja, ich bin quasi hier dringend um die Ecke. So, ich hab mich mal... Das wagst du nicht, Freund. Er wagst du nicht. So, dann fahr ich mal los. Ja, ich folge dir unauffällig. Du folgst, Röte. Unauffällig folg mir... Folg mir der Charlie. Ich versuch mal so zu fahren, ohne ihn nur gegenzufahren. Das geht nicht gut. Zack. Ja, zack. Hast du gerade schon einen Unfall gebaut? Ja, ich schau auch die ganze Zeit nach hinten. Das ist ja nicht gut. Du sollst auch nach vorne schauen, wenn man irgendwo hinfährt. Ein bisschen nach vorne, das wär, glaub ich, gesünder hier beim Autofahren. Das gilt auch für euch da draußen, ne? Wir freuen uns, wenn ihr unser Let's Play schaut, aber bitte nicht beim Autofahren. Immer schön nach vorne und auf die Straße gucken. Das war so sich geplant gewesen, aber ich war trotzdem mal hier weiter. Aber es sah cool aus. Ja, es sah cool aus. Cool, wie man total vorbeigestellt ist an der Einfahrt auf die Autobahn. Wow. Na, warte, Freund. Boah. Ist mir gerade einer voll in die Seite reingefahren. Ja, fuck mich mal. Ich bin richtig weggeflogen. Ach, du trägst wieder den blauen Anzug. Schick, schick. Ja, ja, natürlich. Du weißt, boah. Du kommst kaum von der Stelle, du musst dich anschieben. Klaust du dir gerade im Laster? Ich werd mal ein bisschen schneller unterwegs. Ja, komm, komm. Springt der Typ vor mein Auto. Oh, oh, oh. Tut mir mal. Tut mir mal leid. Das war ein tragischer Unfall. Das haben wir jetzt nicht kommen sehen, dass das passiert. Ganz viel zu langsam. Ah, Hilfe. Ey, guck mal, der hat mein Auto gerannt. Das war bestimmt ein Freund von dem LKW-Fahrer, den du hier gerade ausgeraubt und umgefahren hast. Ja, ich habe gehofft, man könnte vielleicht mit dem Auto hinten auf die Rampe drauffahren. Nee, ich glaube, das ist nicht möglich. Das könnte man höchstens mal mit einem Kargebob versuchen. Jetzt habe ich natürlich eine Scheibe kaputt wegen dem komischen Typ, der mich angerammt hat. Ja, wir haben auch schon Schrammen im Auto, das ist nicht egal. Das ist hoch. Das passt jetzt schon, das muss so. Das passt, das passt, das musst du. Lightly used. Das sind Gebrauchsspuren. Lightly used. So, wir müssen eigentlich auf die Straße, glaube ich, oder? Hä? Kann nicht sein, wo steckt man den wohl gerade hin? Ach nee, das ist richtig. Das kannst du du sehen. Alles richtig gemacht. So, äh. Alles richtig, sind wir quasi auf dem richtigen Weg hier? Wir sind wahrscheinlich auf dem richtigen Weg. Wahrscheinlich aber auch nur. Let's, äh, ja, let's follow the richtigen Weg. Ja, am besten Rückwärts. Und dann fällen wir auf dem richtigen Weg, wenn wir Rückwärts fahren. Ich fahre mal vorwärts an dem vorbei. Ich dreh mich. Ich dreh mich und fahre auch vorbei. Und ich warte hier mal an der Linie und schaue, dass kein Gegenfall hier kommt. Jawohl. Ich spiele Amerikaner, deswegen habe ich Hunger. Äh, du bist vor allem einfach durchgefahren. Egal, warte, ich komm, ich komm dir hinterher. Wie, du hast Hunger? Ja, ich spiele Amerikaner, Amerikaner haben dritten Hunger. Äh, jetzt fahre ich ja an der Ausfahrt vorbei. Warte mal gerade eine Sekunde, bitte. Ich, äh, muss mal gerade zurücksetzen. So. Der Regen macht es gerade auch nicht einfacher, hier, äh, abrupt abzubremsen und die Richtung zu ändern. Nein, aber du wirst, du wirst vom LKW-Fahrer of Doom verfolgt. Er ist quasi hinter dir. Ich weiß gar nicht, was der von mir will. Er möchte sich rechnen, weil ich seine Kuppel umgefahren habe. Ich muss sagen, das war ein Freund von dem, ne? Da soll der viel gefälligst hinterher fahren. Ja, die sind alle, die sind alle, äh, untereinander verschworen. Ja, die Trucker Gang. Genau, ich glaube, wir sind auf der richtigen Straße. Ich glaube fast auch. Ich weiß noch nicht, wie weit wir rumfahren müssen. Genau, für euch da draußen an den Bildschirmen. Wir haben heute wieder ein kleines bisschen Sightseeing geplant. Und wo es hingeht, könnt ihr euch vielleicht schon erraten oder auch nicht. Ihr werdet uns auf jeden Fall gleich sehen, wo wir hinfahren. Man kann es erwarten, die sind mir so berechenbar. Ich glaube nicht. Ach, ich weiß nicht, wenn man sich in Los Santos ein bisschen auskennt. Was haben wir eigentlich hier? Ich weiß nicht, wo bist du denn? Ach, du bist hier gerade rechts runtergefahren. Ich, äh, rufe... Ich habe die Tür verloren. Ich bin übrigens hier oben noch auf der, auf der, äh, Schnellstraße, auf der Automat. Ja, und ich fatt' mich gerade echt. Wo ist hier hinten? Ach, hier jemals. Ich muss mal gerade auf der Karte gucken, wo du so nachgekommen hast. Ach, da geht's auf jeden Fall runter ans, äh, ans Meer, ne? Wenn du jetzt die nächste wieder links nimmst, also jetzt geradeaus und das nächste links, dann kommst du runter ans Meer. Äh, ja, das habe ich mir auch gedacht, aber ich möchte mal schauen, was das für ein Gebäude da oben ist. Ah. Ich, äh, komm dir mal hinterher gefahren, ja? Ich möchte auch mal gucken. Ich kann doch nicht mal die ganze Zeit extra wegfair. Oh, die sind vollkommen. Dich vor allem. So, ich bin jetzt mal hier rein, ich seh da oben nämlich den Helikopter steht. Vor allem aber verfolgen sie die, den Helikopter könnten wir eventuell nachher auch brauchen. Das wird wahrscheinlich gar nicht mit Autos alles so einsehbar sein, was wir uns da anschauen wollten, ne? So, die Frage, wie komm ich jetzt hier hoch? Wo sind wir hier? Weil, äh, das kann ich so gar nicht lesen, weil das so... Warum bist denn du gerade von meiner Karte verschwunden? Ach, du bist hier auf der anderen Seite reingefahren. Wir sind bei der National... Äh, was? National Office of Security Enforcement. Yeah! Mach die Tür auf! Ich will hier rein! Ach, geil, hier war ich auch noch nicht. Ach, die kann man einfach so aufpumpen. Ist das hier... Ist das hier das Pentagon von Los Santos, oder was? Sieht so aus? Boah, was haben die da für krasse Hubschrauber oben stehen? Ich glaube, das sind ganz dumm. Was sind das? Was sind die denn so mit der Hubschrauber, ne? Die sehen so riesig aus. Lassen die einen denn hier rein, oder bist du einfach durch die Schranke gefahren? Äh, ich bin natürlich einfach so durch die Schranke gefahren. Los Santos Government Facility. Nur ne Forschungseinrichtung. Kommt ihr doch jetzt hier drauf? Guten Tag, ich arbeite hier. Ich muss hier mal gerade durch. Vielen Dank. Ähm, wie komme ich denn aufs Gelände drauf? Ich bin durch die Schranke, aber hier ist ja ein Zaun, ne? Äh, was? Da ist irgendwo ein Tor. Da kannst du einfach durchfahren. Okay, dann bin ich irgendwie fertig. Du glaubst doch nicht, ich... Ich wäre da normal reingekommen. Ich gucke mal gerade, ob ich hier vielleicht über den Zaun klettern kann. Wo kannst du durchfahren? Also hier, wo ich gerade bin, kann ich nicht durchfahren. Aber ich bin jetzt gerade zu Fuß aufs Gelände drauf gelangt. Und laufe jetzt hier los nicht zu Fuß rum. Muss ich dir jetzt zeigen, wie man durch das Tor fährt? Guck mal hier, ich zeig's dir mal. Du stehst sogar davor. Lässt du bitte mein Auto ganz? Ach so, man kann das einfach aufschieben. Tudu. Die Hälfte von meinem Gesicht ist jetzt auf der Straße verschmiert. Wie Butter auf einem Brot. Das war ja Altsstrich. Wusstest du nicht? Wie komme ich jetzt hier aufs Dach? Ja, hier war ich ja gerade. So, schiebe ich das Tor mal auf. So, das ist ja eine coole Anlage hier. Hier war ich wirklich auch noch nie. Ah, hier komme ich auf den Sonnenkollektor. Äh, folgendes. Kannst du dir nicht einen Helikopter kommen lassen, mit dem wir dann hier rauf aufs Dach fahren? Äh, fliegen? Ne, ist wahrscheinlich ganz woanders. Ich kann mir vorstellen, wie kommt da auch irgendwie normal drauf? Ich habe auf jeden Fall eine Leiter gefunden. Du hast eine Leiter gefunden? Ja. Ja, meine ist ein bisschen kurz. Sie reicht nicht bis oben. Ich glaube, meine reicht bis oben. Dann komm mal hier zu mir. Ich habe hier auch mein Auto geparkt. Ach, geil. Ich glaube, man kommt hier wirklich aufs Dach. Juppie, ich bin auf dem Dach. Wie bist du denn? Ach, hier bist du... Da ist es... Hammer, geil. Es sind mehrere Leitern. Ja, da hinten ist ja noch ein Gebäude. Ich versuche auf das andere zu kommen. Wie gut, dass ich zuerst auf dem, äh, Helikopterdach bin, obwohl ich überhaupt nicht Helikopter fliegen kann. Geil. Ich habe einen Helikopter gekapert. Uh, uh, uh. Erfolg. Charlie hat Erfolg. Charlie hat Feuer gemacht. Charlie hat Helikopter entführt. So, wie kommt es auf das andere Gebäude drauf? Das wäre doch auch mal interessant zu wissen. Okay, wahrscheinlich auch über deinen Weg. Ja, cool. Dann machen wir einen kleinen Helikopterrundflug. Finde ich auch gut. Was? Ich sag, dann machen wir eben einen kleinen Helikopterrundflug. Das finde ich auch gut. Da können wir ja trotzdem gleich, äh, dahin fliegen, wo wir ursprünglich hinfahren wollten. Ja, ich muss zuerst mal den, den anderen da, den anderen da weg. Soll ich dich einsammeln und oben auf dem Dach wieder absetzen? Nö nö nö! Das schaffe ich schon selber, ich bin doch groß. Ich guck mir das Gelände hier noch mal ein bisschen an. Ich fange auf jeden Fall nicht an hier rumzuschießen, weil... ich habe grad noch keine Sterne und ich will auch nicht zwingend welche haben. Ach, ihr wisst mir, mein Helikopter war schnell los. Ja, aber trotzdem hab ich jetzt gerade keine Lust drauf. Ich hör dich nur, aber ich sehe dich nicht. Äh, gleich siehst du mich? Bin hier grad... steige hier grad über dem Gebäude auf. Da oben ist er. So, wie komme ich dann auf das andere Gebäude drauf? Gute Frage. Ah, ich weiß schon, ich weiß schon. Ich komm da hin. Ich bin doch groß und stark. Ich lauf hier einfach überall rum. Mal gucken, ob ich den Helikopter wieder landen kann, ohne ihn zu beschädigen. Tatsächlich. Du möchtest landen? Ja, ich hab mir grad auf dem Dach, auf dem ich gerade gestartet bin, wieder gelandet. Und das ohne ihn kaputt gemacht. Wuhuuuuh. Bist du da ja noch rumgesprungen. Nein, ich seh dich laufen. Hallo. Du siehst mich laufen. Noch. Oh Gott, mich ist jetzt echt... Ach, ich kann ja lange davon. Ich wollte grad sagen, ich muss doch jetzt nicht echt hier balancieren. Das wär echt nicht so schlau gewesen. Hehehe. Ich seh dich laufen. Ich seh dich laufen. Hallo. Lauf, kleines Hellschen. Lauf. Genau. Tanz! Ne, ne, das mach ich nicht. Oh, da ist ein Zug. Hä? Wo? Ach, da. Cool. Hallo, Zug. Hallo. So, wie sieht's aus? Machst du Fortschritt? Ich seh dich immer noch laufen. Ah, jetzt bist du auf dem richtigen, auf dem, auf dem rechten Weg. Sehr schön. Auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen Weg. So, dann tauchen wir mal, äh, der Regiere ihre Helikopter. Genau, die brauchen die nicht mehr. Nö, hab ich auch gehört, die brauchen die nicht. Und hier oben weht die... Flagge. Der Vereinigten Staaten von, äh... Amerika. Los Santos. Ja, das ist von Amerika die Flagge, die kenn ich. Ja, natürlich. Kenn ich die auch. Ey, du schießt natürlich direkt, das war klar. Wolltest du sonst mit so einem Helikopter machen? Wolltest du hin? Fliegen. Ich flieg doch. Ja. Ich auch. Dann folg ich einfach mal dir in der Straße hier. Laus, klein Asien. Lauf! Kann das sein, dass wir gerade in die komplett andere Richtung fliegen, als wir vorhin gefahren sind? Fragen habe ich gerade. Oh, scheiße. Was hast du gemacht? Bist du gecrashed? Ne, ne, ich noch nicht. Ach cool, wir sind hier wieder am Windpark. Willkommen zurück. Wir haben ja beim letzten Mal schon einige Zeit verbracht. Ja. Ein Kampf mit Windmühlen. Und Windrädern natürlich. Windmühlen, Windräder, ja, so Quichot. Ganz genau. Und Quichot, falls die Anspielung irgendjemand verstanden hat, dann bin ich stolz auf euch. Wie eine Bockwurst. Stolz wie eine Bockwurst. Ich flieg schon mal ein Stückchen voraus, denn ich kundschafte gerade meinen Weghaus, ob wir hier auch richtig sind. Ja, und ich muss sagen, mit dem MG irgendwas zu treffen ist gar nicht mal so einfach. Ich habe gerade versucht, ein Ding rum zu treffen oder so ein Tanklaster, aber es geht nicht. Soll ist ein neuer Helikopter da? Ja, nicht so einfach. Ich habe das Gefühl, ah, ist das Gefängnis? Ich habe das Gefühl, wir sind hier irgendwie nicht richtig. Kann natürlich sein, dass wir jetzt gerade einmal um die Insel rumfliegen. Das wäre so ein bisschen blöd, aber... Ich muss aber eigentlich recht nah sein. Also ich bin hier schon in der Nähe von Sandy Shores und... ...sumens glaube ich, da hinten die Landebahn zu sehen und ich war gerade am Gefängnis. Was machst du denn in Sandy Shores? Ich bin der Straße gefolgt. Ich bin einfach nur der Straße gefolgt. Hier fliegt irgendeine ekelhafte Mücke rum. Wie? Bei dir im Zimmer? Ja. So, ich habe das Kaffee gerade gefunden. Ja, geil. Dann bist du richtig geflogen. Ich habe gerade was anderes gefunden, was ich interessant finde. Du hast was anderes gefunden, was du interessant findest? Was denn? Ja, das sollten wir uns vielleicht demnächst auch mal angucken. Ähm, ich bin mir nicht sicher, was es ist. Es sieht aus wie ein riesiger Industriekomplex mit einer Fabrik und irgendwelchen Anlagen hier. Ah, ich weiß, was du meinst. Kenner meines, äh, Let's Plays the Story. Willst du denn genau, was für ein Gebäude das ist? Da machen wir schon. Na gut, dann komme ich auf jeden Fall mal gerade wieder rüber. Ich habe mich ja nicht nur am Anfang der Folge verahren, sondern jetzt auch mittendrin verflogen. Und das passt hervorragend. Das ist quasi eine Medikamentenfabrik, die du da gefunden hast. Ach, cool. Ach, und der Sonnenuntergang, gerade herrlich. Da kann ich mich nicht dran satt sehen, ne? Das sieht hier in GTA immer so schick aus. Ah, einfach schön. So. So, ich bin angekommen. Ich wollte mal, dass du kommst. Ich bin auf dem Weg. Ich eile. Ich fliege. Ich saue, ob wir ihn fliegen oder kommen sehen. Dauert wahrscheinlich einen Moment. Ich bin jetzt gerade erst mal wieder am Windpark. Am Windpark. Und genieße die herrliche Aussicht hier. Auf das Meer zu meiner Linken. Und auf die Stadt zu meiner Rechten. So, ich hoffe mal, ob ich hier den Unfug anstellen kann. Mach nicht zu viel Unfug ohne mich. Ich will ja mit Unfug machen. Oh, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ach ja, genau. Hier sind wir richtig. Genau hier wollten wir doch hin. Hier oben ist der kleine Stausee. Und hier unten ist es. Wo bist du? Über dir. Ich hab mich mal eingeparkt. Ääääh, wo bist denn du? F building mich. OOOH, Wimmelbildspiel. WoOW ist der Moscha? So, ich sehe auf jeden Fall den Punkt, da. Aber ich sehe gerade nicht dein Helikopter. Ach da! Ich bin mal eingefahren. Ja, sehr cool. Oh, wie er gerade läuft, um einzusteigen. So, geschafft. So, mal gucken, wo ich mein Helikopter jetzt parke. Auf jeden Fall nicht da unten, wo eine Mission ist, denn ich wollte ja nicht die Mission annehmen. Was tust du hier? Du kommst mir nicht fertig nach. Ach, da auf der anderen Seite auch eine Mission. Warte mal, kann ich den hier aufs Dach stellen? Aber da kriege ich den nie wieder, oder? Und vor allen Dingen sind hier irgendwelche... Oh, ich habe gerade meinen Fliegenskill erhöht. Ich fühle mich zwar nicht besser als am Steuer eines Helikopters, aber immerhin habe ich den Skill erhöht. Bin ich gut, ja? Ja, wenn du runterfällst, kannst du nicht mehr dran, aber sonst kannst du da ruhig aussteigen. Ah, hier kann ich landen. Ach, geil. Butterweich gelandet. Sehr schön. Butterweich. Ich muss meinen Fliegenskill ja immer noch erhöhen. Als hätte ich nie etwas anderes gemacht. Äh, was habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt den Fliegenskill auf. Hallo? Ausdauer, schießen, Stärken schleichen. Fliegen, ja, auf vier von fünf. Sehr schön. Achso, ich hatte jetzt eigentlich weiter mit dem Skill. Nö, nö, nö. So. Magst du denn auch mal landen? Nö. Flieg gerade so schön. Ich hoffe, der Helikopter bleibt hier stehen und verschwindet gleich nicht einfach. Wäre ein bisschen blöd, wenn er wieder despawnt. Auf jeden Fall wollten wir uns heute mal dieses Wasserkraftwerk hier ein bisschen anschauen. Hier haben wir ja auch noch keine Zeit verbracht. Ruhig, ruhig. Ruhig, Sprauder. Was machst du denn, mitten auf der Straße landen? Beste Idee. Ah, du wolltest gar nicht landen. Ich verstehe schon. I see what you did there. Oh, der große Scheufeuer. Lauf dir, Kleiner, ist hinauf. Wenn der Moscha da ein bisschen aufrollen, werde ich schon mal schauen, ob man hier nicht einen Weg in oder auf das Kraftwerk findet. Ich weiß, dass es hier irgendwo Treppen gibt, die nach oben führen. Ja, ich finde ja Treppen. Einen Weg. Man könnte auch den Berg, glaube ich, hochlaufen. Man könnte den Berg hochlaufen, man könnte den Berg jetzt auch hochfliegen. Ist der Helikopter weg? Nee, steht noch da. Puh. Das würde mich jetzt echt ärgern, wenn mein Helikopter verschwindet. Ich würde den eventuell gleich gerne nochmal nutzen, um hier... Also es scheint so, als würde man hier unten gar nicht... Nein, ich will nicht die Mission annehmen. Als würde man hier unten gar nicht reinkommen. Vielleicht muss man tatsächlich von oben einen Weg finden. Nee, ich kann hier so seitlich rein. Ah, okay. Dann kommst du seitlich rein. Und ich erinnere mich gerade an unser Abenteuer in dem Umspannwerk. Denn auch hier gibt es so kleineres Umspannwerk, das hier die Elektrizität weiterleitet, die hier erzeugt wird. Aber ich werde mir jetzt hier nicht irgendwelche Stromschläge holen. Dann sieht er eh keiner. Sieht erstens eh keiner und zweitens kommt man da gar nicht vernünftig rein. Deswegen steige ich jetzt mal gerade wieder in meinen Helikopter. Ich war gerade ein anderer Spieler. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er sich den Helikopter schnappt. Aber der ist einfach nur vorbeigefahren. Denk war nicht interessiert. Komm hierher, Helikopter, komm. Komm. Du machst gerade alles, nur nicht das Kraftwerk erforschen. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ah, Quatsch. Ich... Und der Katerchecker ist online. Sehe ich gerade. Ich dachte, der wäre schon längst offline. Der ist jetzt offline. Ach, ich verlese mich immer. Stand da offline? Der ist ja gerade offline. Ich bin auf der anderen Seite übrigens. Ja, das merke ich gerade. Deswegen komme ich mal rüber. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich den Kopf mal weg habe, gleich, dann kommt man vielleicht anders rein, als man denkt. Das finde ich sehr lustig. Wenn du was weg hast? Was? Wenn du was weg hast? Ich habe dich gar nicht verstanden akustisch. Die Kopf? Die Kopf, natürlich. Ach, sehr gerne. Ah, hier auf der anderen Seite ist auf jeden Fall sehr schön der Stausee. Ich sehe einen Schattenkrieg. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Was ist das denn hier unten für ein Bötchen? Ist das ein Bötchen? Das ist ein Bötchen, ja. Ach, cool. Ach, wir sind hier auch mal Boot gefahren. Ich erinnere mich. Ja, das ist schon lange her. Das ist schon richtig lange her. Das war eine der ersten Folgen, glaube ich. Ja, mit ein paar sehr lustigen Bugs, wenn ich mich recht erinnere. Folge 14, ja, was du mir auf das Handy geschickt hast. Ich erinnere mich. Ach, du weißt es sogar noch. Das war Folge 14? Ja, das war Folge 15 oder 15. Ja, sehr gut. Das war die erste mit dem Thumbnail, glaube ich. Ja, genau. Da haben wir angefangen, die Fotos für Thumbnail zu machen, dann hier einzufügen. Genau, das war die erste Folge. Pass auf, ich versuche mal, der Helikopter hier oben auf dem Weg zu landen. Da komme ich gleich von der anderen Seite rein. Na, schaffe ich das? Schaffe ich das? Ich bin optimistisch. Noch. Okay, das geht nicht. Ich bin zu groß. Ich habe den Helikopter auf jeden Fall wieder erfolgreich gelandet. Das ist schon mal ein kleines Erfolgserlebnis. Und jetzt komme ich mal zurückgelaufen. So, hier gibt es auf jeden Fall eine Leiter. Ach, da schaust du nicht um. Ich habe gedacht, ich komme vielleicht durch die Rohre rein, aber das hat nicht funktioniert. Das wäre natürlich richtig geil. Da können wir gleich auch mal gucken. Ja, das hat nicht funktioniert. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Leiter aufs Dach. Ich habe es ja gerade probiert. Aber es ging nicht. Es ging mal. Oh nein. Ich bin zu dick. Ich komme ja nicht durch. Ich sehe, wie du da gerade zwischen den Rohren rumspringst. Ich habe ja versucht, die drauf zu klettern. Ach, du siehst mich bei den Rohren rumspringst. Da bin ich doch schon lange nicht mehr. Hier vorn ist doch auch Rohre. Die kommen doch hier aus dem Boden wieder raus und führen hier ins Gebäude rein. Was hast du denn da für ein Auto? Stand das hier? Ja, stand da. Cool. Huch. Nein. Wow. Ich habe am Dach gefallen. Wow, das war knapp. Ich hätte mich fast umgehauen. Ach, geil. Guck mal hier. Hier kann man auf jeden Fall... Mein Gott, man sieht nicht so viel, aber es ist ganz cool. Man sieht nicht so viel, aber es ist ganz cool. Aber es ist cool. Es ist schön, mal hier zu sein. Schade, mein Plan geht nicht auf. Du wolltest das Auto hier reinfahren, ja? Natürlich. Guten Tag. Guten Tag. So, ich gehe mal hier rauf. Ich kann die Leiter hoch. Können wir gleich mal gucken gehen. Also, in die Rohre reinzugehen, wäre natürlich ein Highlight. Geht aber nicht. Geht aber leider nicht. Wir lassen natürlich nichts unversucht hier. Wie geht es jetzt hier weiter? Ich glaube nicht. Gar nicht. Jogolibow! Platsch! Schmerz! Willkommen zum zweiten, äh, zur zweiten Staffel von Turmspringen. Beziehungsweise in diesem Fall Kraftwerk springen. Keine elektrische Feuer. Mal was? Was machst du gerade? Ich, äh, schieße auf irgendwelche Kästen. Ey, Kästen in der Hoffnung, dass die Puppen rauskommen, aber da vor allem in diesem Container. Vielleicht Netzwerkkästen. Ja, du kommst, man kann hier irgendwie ein bisschen was mehr sehen, aber... Jetzt gehe ich mir auch mal hier unten die Rohre angucken. Platsch! Dabei bin ich auch noch nicht. Aber wie, wie krass ausgetrocknet das hier einfach mal ist, ne? Hier ist gerade gar kein Wasser hier oben. Ja, ist ja auch so. Du musst besser machen, ja. Boah, man versinkt aber, man geht schon im Schlamm. Und hier sind die Rohre. So, jetzt würde ich mich gerne, warte mal, ducken. Hallo, ducken. So, ich mach mal ein bisschen, ich lass mal ein bisschen Dampf ab. Ne, man kommt tatsächlich nicht rein. Schade. Lololo. Ich hab's dir geglaubt, aber ich wollte es doch gerne mal selber probieren. Hier, wenn das, lass ich mal ein bisschen Dampf ab. Worauf schießt denn du gerade? Machst du Schießübung? Ja, ich mach dich nun, ja. Okay, warte, ich mach weg. Der Blin funktioniert, ich hab ja auch schon ausprobiert. Ah, das steht nur bei den roten. Genau, das ist eine Frage des roten. Das ist eine Frage der Farbe. Das ist nicht farbecht. Wasserdampfmarsch, sag ich nur. Wasserdampfmarsch. Tja, ich hatte mir erhofft, dass man hier ein bisschen mehr machen kann, aber... Das ist ja auch lustig, entweder das physikalisch richtig berechnet, oder man kann leider nicht Platzschießen, die in der Luft hängen. Ich steig mal ein, mein Freund, ey. Ich hab halt auch mal auf den Reifen lügt. Ah, jetzt platzen sie. Ja, das sieht sie schon, aber ich bin halt gerade mit der Katedrohr gefahren. Fahr nicht deinen Helikopter kaputt. So, ich steig mal wieder in mein Heli. Ich hatte echt gehofft, man kann sich hier ein bisschen mehr angucken, aber das war jetzt nicht so ergiebig, wie ich gehofft hatte. So, ich komm auch mal wieder hoch und fette in mein Heli, wenn ich das schaffe. Und nicht im Matsch versumpfe. Stopp, 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 stopp. Wir können ja hier vielleicht nochmal den ausgetrockneten See überfliegen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwelche Sachen. So, ich springe mal ein bisschen. Wuhu. Wubibi, 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 guckubi. Ich sage mal Stausee, aber ich glaube, der hier, der war gar nicht künstlich, also der wurde gar nicht künstlich angelegt, oder? Gibt es da hinten eine Staumauer? Der Staudamm ist hier hinten irgendwo? Ach doch, da hinten ist die Staumauer, ne? Da hinten hinter der Flussbiegung irgendwie.